Ja guys, ja weiter geht's. Wir wollen den guten Filch auf den Zahn füllen. So, Mr. Filch. Oha, schon wieder. Okay. Klar, jetzt auch die Katzen sprechen. Oha, schon wieder. Jawohl, geschaffen. Danke Mr. Filch. Das wäre wirklich hilfreich. Oha. Absolut. Wir werden Professor Flitwig fragen, was er über Werwölfe in Hogwarts weiß. Hoffentlich komme ich dazu, meine Fesseln an den Biestern auszuprobieren. Alles cool. Professor Flitwig. Oh, ich liebe Professor. Ich mag, ich mag Professor Flitwig. Oh, der ist so cool. Ich finde, der ist der Beste. Oha. Okay. Oha. Okay. 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 Ja, ihr Lieben, also ich bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt wirklich mache, weil, ähm, ja, das geht ja sehr schnell weg. Und, äh, nö, ich glaube, ich mache das wirklich erst. Charlie? Ich habe ein Bild von einem Drachen gezeichnet, der einen Werwolf frisst. Jo, cool, danke, Charlie. Hey, Ben? Ich frage mich, ob das Werwolf-Kommando auf Feigling einstellt. Äh, frag ihn mal. Ich erinnere mich, wie ich in Zauberkunst an genau diesen Platz lasse. Damit endet meine Erinnerung auch. Okay. Hallo, Professor Flitwick. Professor Flitwick. Ah! Ja. Ich bin Cecily vom Werwolf-Funk-Kommando. Wir würden Ihnen gerne einige Fragen über den letzten angriffen. Hm, ich wollte gerade den, ich wollte gerade den Broschchor, ähm, für die Halloween-Feier vorbereiten. Hm. Weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Keine Sorge. Bisher waren alle Zeuge total nutzlos. Unsere Erwartungen können also kaum niedriger sein. Sie schmecken mir. Nach dem Unterricht werde ich Ihnen alles erzählen, was ich überwerfe für den Herr Kurzwein. Jo, und damit endet es schon wieder, weil, äh, ja, die Energie-Punkte. Also, sorry. Wir sehen uns. Euer Chiller-Hermis24. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020